ein wunderschönes herzlich willkommen zur nächsten folge shell shock live mit max hi hi warum hast du drei spiele so ok leider habe ich nicht gut es hat nämlich gerade auch gar keiner bock gehabt nach zu joinen und hendrik hat auch keinen bock und das ganze sage ich jetzt schon zum zweiten mal weil eben habe ich verkackt den ton anzumachen und ja was ist das seit langer zeit endlich mal wieder also für euch nicht aber für uns schellschöckchen du hund und ich habe nebenbei noch tschechische auplatten von leo vielen herzlichen dank wenn du das siehst tust du eh nicht aber danke bisschen weit vielleicht maybe hast du gerade die nahe gekriegt oder ich wahrscheinlich ich ich echt warum habe ich das denn gehört weil ich mein ton so laut habe ok ich hoffe du bist auch lauter als der spiel sound jetzt weil ich den spiel sound eben gerade noch verändert habe aber dann redest du einfach lauter was muss mich mal ein bisschen anschreien hier ja leckt mich doch so nämlich eben standen wir so gut und jetzt so eine scheiße hier das kann doch nicht wahr sein ey das taten sprechen damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ganz ehrlich nicht klasse mega gut dann wäre das wahrscheinlich auch auf steam gerade wir nehmen gerade auf nur ich war voll überraschend hier Oh komm, lenk ich doch! Ja klar! Spiel mal mit? Ja Shell up, ne? Hab ich ja auch das Game. Die scheiß Karte ist so groß, ne! Ich muss dich gleich gleich lauter stellen, Max. Tut mir leid. Tschüüüü! Ha, du auch. Ja, egal. Hmmm. Hm. Na gut, meine Damen und Herren. Dann muss ich natürlich auch schon wieder weiter. Es gibt natürlich noch viele andere Themen, die ich noch hier bei der neuen TV-Total-Challenge ansprechen muss. Deswegen, meine Damen und Herren, verabschiede ich mich hier von dem TS und wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss. Ja, Stefan Raab. Tschüss. Oh Mann, ich liebe das. Wie einfach mal ganz trocken einfach wieder rausgehen. Oh komm, leck mich doch, du Kackspiel, Alter. So, jetzt habe ich auch meine dritte Palme rausgehauen. Oh, die Musik haut echt drauf, dabei habe ich die nicht wirklich lauter gemacht. Ich spiele ohne Ton schon die ganze Zeit. Ich habe sie nur angemacht. Du bist, ne? Weiß. Mit mal zwei, ach scherz. Zu weit. 111 gab es noch, ne? Oh. Oder auch nicht. Oh, nicht schlecht. Ey, ich habe mich mit dem Headset verhakt. Oh, Idioplatten, krümeln die über den. Ich habe mich schon extra vorgesehen. Oh, Leo, Alter, kaufe ich jetzt mal Sachen, die nicht so krümeln. Ey, die sind aber voll lecker. Seit der 6. Klasse, das erschinkt, der mir die. Oh. Was denn? Was denn? Äh, was denn schön ist? Äh, Counter 3000 habe ich noch einen von. Werde ich aber nicht benutzen, sondern lieber das hier. Ja, für die Zuschauer nochmal zur Info, meine Lieben. Jawohl. Ähm, wo? Nein, komm, leck mich doch. Ich hatte ein bisschen Singleplayer gespielt. Ich glaube, es ist Set 3 oder 4. Ich bin schon bei Set 8. Oh, es gab da neue. Ja, okay, dann. Dankeschön. Hier, ich probiere es auch. Ja. Ich wollte mich ja selber nicht treffen. Oh, so weit habe ich gar nicht gedacht, aber... Na gut, kann ich natürlich auch. Ja, nur 4,50. Haben oder nicht haben. So weit, oder? Nö. Boah. Aber die trifft nicht so oft. Ja, doch eigentlich schon. Ja, äh. Sync hold ist geil. Miau. Haben wir dann noch Schönes für dich? Viel ist das nicht. Ey, das macht ja ein bisschen was. Ach ja, ich dachte, das wäre Breaker, aber es war Splitter. Boah, Fachbegriffe. Ja, hau mal raus. Boah, ernsthaft. Uitz. Das wird ja noch ein bisschen knapp. Oh, komm. Willst du? Dafür lege ich meine Füße ins Feuer. Boah, Alter. Da wurdest du jetzt aber zugeschissen mit Items. Bin noch nicht fertig. Was ist das denn? Spring doch hoch. Nice, Alter. Hast du mich ja gleich gut aufgeholt. 38. Habe ich was, was 38 macht? Ja, das könnte klappen. Physikos. Kann sein, dass ich mich selber töte. Nochmal. Hau ab. Hau ab. 8 HP, okay. Ich habe es aber gesagt. GG. GG. We're played. Toll. Wird gepiept. Ach, scheiße. Das muss ich ja... Ach, komm. Ach ja, lange nicht mehr gespielt. Na ja, mehr Arbeit für dich. Oh, Sub-Sniper. Ich habe geupgradet. Direkt wieder? Oh, Global Ranks 649. Ich bin 430. Da liegen nur drei Level zwischen uns. Cranker Shit, yo. Und zwar nehmen wir... Wow. Nehmen wir... Die Ränder sind voll pappig von dir noch pladen. Diese Karte. Oh, sehr mathematisch. Und das von dir? Gut, von Melee wäre schlimmer. Baaah. Der war gemein. Ja, gemein kennst du doch. Oh nein, ich habe das geilste Item bekommen, was es gibt. Die Waffe, die zeige ich dir nachher. Die ist hammergeil. Die ist so minderwertig, ich schwöre. Ja, stimmt. Du hast jetzt auch ein paar Waffen mehr als ich durch die Sets vor allem. Oh, oh. Ja. Nice, irgendwie nice. Nice. Renner say G, you say Ruddy. G, Ruddy. G, Ruddy. Ren say Mac, you say Donner. Mac, Donner. Mac, Donner. McDonalds? So, hier, auf die Schnauze. Schmerz, Schmerz. Schmerz, Schmerz. 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 Ich habe es eigentlich mit diesem Loch da unten, glaube ich. Ich treffe aber trotzdem. Ja, toll, einmal. Kann reichen. A, B, C, E, C, 1, 2, 3. Einmal. Lecker, lecker. Was wird? Was wird? Wow. Nicht einmal getroffen. Geil, Hügel. Was haben wir da noch Schönes? Oh, hier hauen wir die Scheiße direkt raus. Ich habe ja nichts. Ist das das Upgrade von Mini Pinger? Ich habe keine Ahnung. Das war grün. Wofür kriegst du jetzt den Mini Pinger? Ich wollte es ausprobieren, aber... Aber wie wir wissen, ist der auch nicht gut. Ich möchte neue Weapons. Ich habe jetzt schon nichts richtig. Ich hole jetzt hier langsam so den Skill raus. Ich finde die Musik immer noch geil. Ich spiele immer noch ohne Musik. Ich habe ja auch ein bisschen gesessen. Ja, der macht 45 gemacht. Das geht schon. Ballert. Großart mal lange nicht mehr. Ballert. Dann weiß ich ja, was ich als nächstes nehme. Den Bilder und nicht den Dicke. Fick dich doch, du Dreckskarte. Was verschwende ich denn mal? Ich verschwende mal das. Das freu ich sowieso nicht. Der Alucard spielt Rocket League. Ich will auch. Kauf dir das Spiel. Ja, kauf du es dir. Nein, ich bringe Geld. Nein, ist das Scheiße. Also schon, aber ich will es nicht dafür ausgeben. Angebot für 10 Euro wäre geil. Dann holt sich das noch Attila. Ja, für 10 Euro würde ich es mir kaufen, aber für 20 nicht. Mit Attila wäre auch geil. Und hier. Aber der rastet immer so geil aus. Ja, eben. Und Martin und so. Ich finde, so immer. Ja. Echt jetzt? Ich habe einen Mikrometer zurückgedreht. Ich finde immer rumschreien eigentlich scheiße. Weißt du, aber bei Attila ist es einfach, wenn man ihn so kennt. Das ist eigentlich richtig cool. Macht einfach richtig Laune. Jawoll. Ja, war klar, war klar. Der Abwund direkt hinter mir. So will ich das sehen. Ah, anklicken. Yeah. Chickenfling? Was ist das denn? Hast du das noch nie? Wow. Wow. Nein. Alter, jetzt habe ich das Ding zweimal. Was war das denn jetzt? So, oh, 20 Rüstung. Geil. Woher hast du das gekriegt? Ich glaube, da kamen wir ins Zimmer rein. Bei Max? Ja. Ja. Immer so geil hört man auch bei Leo, wenn er sich mutet. Boah. Was war was? Ich weiß nicht, was du meinst. Was? Pass auf. Ich zeige dir jetzt die geilste Waffe im Spiel. Wirklich geilste? 100% die geilste. Die Erde? Nein, Moon. Wow. Probieren wir es doch mal wieder hier mit. Hover, hover und rote, oah. Ja, warte. Ich komme nochmal ein Stück näher. Vielleicht fliegen sie ja jetzt irgendwo anders hin. Ach, ne, reicht leider nicht. Schade. Wenn du die richtigen Action siehst, dann hören die irgendwann auf zu fliegen und verarmen wir einfach ab in irgendeine Richtung. Geil. Bam. Nicht in das Loch rein. Erstmal überhaupt darüber. Okay, hab den. Geil. 10 Damage. Okay. Neulich beste Schreibweise gesehen. Damage. D-A-M-I-T-S-T-H. Damage. Was? Ja, für Damage. Was, Schreib? Ich muss mal kurz mein Handy rausholen, ne? Das kippt du wieder ab wie nix, ey. Wieso ist Aline wieder am? Ne, bei uns in der Profilgruppe. Wer ist da? Sarah? Guacom, Guacom ohne. Drake möchte nicht. Möchte grillen, aber wir wollen nicht mit euch bei Nathalie grillen, weil wir keine Bock auf Nathalie haben. Und aufs ganze C-Profil. Ach, ihr macht bei uns mit? Nein, das hab ich gerade gesagt. Wir wollen nicht bei euch mitmachen. Ja, aber ich dachte, das klang gerade so, als wenn es feststeht, dass ihr bei uns mitmacht, aber ihr das nur nicht wollt. Ne, Markyboy meinte, dass wir uns das ausrufen können, aber was wir machen. Okay. Und dann hat er vorgeschlagen, wir können ja mit euch zum Grillen fahren. Wir alle so, nein? Hallo? Stubener? Ja, wieder das arrogante Pre-Profil. Ja, Junge, aus dem C-Profil kamen nur Scheiße zu den Vorschlägen, die wir da in der Gruppe hatten. Ja, manchmal ist das echt ein bisschen gestört. Komm, einer. Jawoll. Ja, fünf Amor. Will doch keiner. Oh, 50, Alter. Boah. Uh, schüch. Junge, Alter. Mieser Shit. Nicht so richtig meine Runde, würde ich sagen. Ach, komm. Der wäre so gut gekommen. Scheiße. Machst du nichts? Oh, was ist das denn da für ein Strich? Ist das Fehler? Da machst du nichts. So, neue Waffen. Scheiße. Ach, komm. Plupp. Ja, ich muss den leveln, der ist fast, der ist fast nächste Stufe. Plupp. Genau, den kriegst du wieder. Wer ist Counter 3000? Also, was ist das? Den hatte ich doch vorhin, das mit den drei Dingern. Oh, echt? Wo du gefragt hast, was das ist. Ab geht die wilde Post. Ja, kann man sich mal merken. Wieder nur Scheiße, wa? Boah. GG. Nicht. Oh. Oh. Wie ich nur drauf gewartet habe, dass er wieder hochkommt. Ich auch. Nein, mein, einer, wa? Boah. Äh, draufkriegen. Hat er schon weggeguckt. Ha, so ein Quatsch. Boah, Alter. So instant Double Hit. Jo. Muss so. Wie er kurz vor dir wieder zurückhüpft dann. Ja. Ja. Ja, ist mir egal. Du hast noch 23. Ich glaube, das kriege ich auch noch hin. Ja. Ist ja, was ich Geiles habe. Ja. Wow. Der wäre aber, glaube ich. Knapp gewesen. Nee, der wäre nicht gekommen. Okay. Nee, der wäre nicht gekommen. 10, erzhaft. Wenn ich das jetzt mache, kommt der auch nicht. Also, gehst du dich mal das Behinderste von allem. Boah, nee, ne? Das wäre es ja noch gewesen. Das wäre es übels gewesen. Oh, dann kriegst du das da oben nicht. Ich will auch gar nicht das kriegen. Ich will dich kriegen. Ich will aber jetzt das da oben. Und vielleicht dich noch mit dem Splitter treffen. Ja. Und er trifft tatsächlich. Aber 10 Amor ist nicht ganz so, wie ich wollte. Hätte gern so einen Instant Kill gekriegt. Scheiße, wenn der trifft, dann bin ich weg, weil der schön hüpft. Blub. Ja. Ich krieg nur Amor. Oh. 3 HP. GG. Hehehe, scheiß Dreck. Dann nehme ich jetzt, äh... Äh... Gar keine fünftige Kurve. Was nehme ich denn? Ach komm, einer hätte kommen können. Ich nehme dit hier. Pepper. Da muss doch einer treffen. Nein. Verdammt. Wie geil. Gut, das heißt... Jetzt kommt, äh... Chickgill. Mini Pinger mit Double. Komm, einer. Keiner trifft. Nicht seiner. Wird keiner treffen. Oh, dieses Ding ist so scheiße. Gibt's Waffen? Es gibt tatsächlich Waffen. Oh, scheiße. Ich hab so viel geiles Zeug bekommen. Nicht Earthcrack. Mach alles nur nicht Earthcrack. Komm schon. Ich hab nur coole Sachen bekommen. Und ich krieg immer noch nur scheiße. Pack jetzt mein Essen hier weg. Warte, jetzt... Warte, jetzt muss ich überlegen, welches ich davon leveln will. Toll. Kannst ja noch die Zeit ablaufen lassen. Bin ich erstmal dran. Darkpoor. Mit drei... Mit drei hätte ich eh nicht richtig leveln können. Ich hab zwei Ghostbombs. Ich hab zwei Ghostbombs in Area Strike gehabt. Ich hab noch einen davon. Wow. Ja gut. Und ich bin fast 25. Dann hat Max die Folge leicht für sich entschieden. In der Tat. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich zudem. Boah. Richtig glatt. Brain игр. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Und tschüss. Untertitelung. BR 2018